Ja, ich stehe hier mit Ann-Kathrin Mack, Alpinrennfahrerin vom Ski-Internat Oberstdorf. Ann-Kathrin, ich sehe, ihr habt gerade eure neuen Jacken für die kommende Wintersaison bekommen. Wie gefällt dir das Material? Ja, mir gefällt es total gut. Es ist ziemlich auffällig. Und ich glaube, es schaut im Winter, im Schnee, es schaut richtig gut aus, glaube ich. Apropos Schnee, seid ihr schon auf dem Schnee am Trainieren? Ja, schon länger. Und ich hoffe, es geht auch weiter so gut, weil es ist ja relativ kalt gewesen in der Zeit. Wie sieht das Training denn im Moment aus, so die Wettkampfvorbereitung? Wir fahren in relativ viel Umfänge und fahren immer auf den Gletscher. Ziemlich viel am Skifahren sind immer, ja. Wann ist dein erster Wettkampf geplant? Wir fahren jetzt in zwei Wochen nach Schweden und dort sind dann die ersten Wettkämpfe. Was ist dein Ziel für diese Saison? Scheit fahren. Mal schauen, wie was rauskommt. Einfach das Beste rausholen, das geht. Ja, super. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Holy Bye.